Unter der starken Sonne suchen Fische gerne Schutz im Schatten von überhängenden Zweigen. Direkt am anderen Ufer tauchen immer wieder Schatten auf. Eine schräg stromaufgeworfene Nymphe soll zeigen, um welche Fischart es sich handelt. Ein Ruck an der Schnur, ein Anhieb und das Geheimnis kommt ins Tageslicht. Es ist ein Döbel, der sich den Landungsversuchen widersetzt. Die Verletzung am Rücken könnte von einem Graureiherangriff stammen. Jedoch scheint sie den Fisch nicht weiter zu stören. Nach einem beachtlichen Drill liegt der Döbel im Netz. Untertitelung des ZDF für funk, 2017